Mal wieder LoLtime! Ich hab meinen Christian gestoppt, der spielt heute, äh, der spielt heute Husarenflip, genau. Ich bin natürlich Garen auf der Top-Lane. Ich bin Husarenflip, das sollte mal ein Charakter sein, der wäre so, ah, der wäre viel zu imber. Ja, ja. Ja, erstmal vorsichtig sein. Was ist du da? Ja, vertrollen. Habt ihr meinen Bären-Tivers gesehen? Ups, ich gehe ja top. Genau, ich spiel' Anni, die geile Schnecke. Ach, spiel's auf Deutsch, naja, dann macht ihr ja wirklich Tivers. Ja, ja. War mal geil. Na, nur vor ich spiel' ich auf Deutsch, weil die meisten unserer Zuschauer leider kein Englisch können. Ja, ich hab's gesagt, ihr seid Noobs. Haha, lernt Englisch. Ja, bei God of War 1 haben sich auch viele beschwert. Bitte God of War 2 auf Englisch, aber da die Collection ist, würdet God of War 2 auch auf Englisch geben. Wobei ich nicht weiß, ob es da Untertitel gibt. Ich meine schon, ich weiß es aber nicht mehr genau. Okay. Aber God of War 3 wird dann auf Deutsch sein. Ich hab die zweite Collection auf Deutsch gespielt, die Let's Play ich ja nicht. Und die ist auf Deutsch, weil ich die hier gekauft hab. Und alter, die Kratos-Stimme geht gar nicht. Hallo, wie geht's dir? Nee. Hey, Pluto! So ne Donald Duck-Stimme. Verstehst du, Nächster, dass er so dick am Nuscheln ist? Du musst da schon reingehen, sonst... Na, fickt euch doch. Ich brauch Hilfe bei zwei Gegnern. Äh, ja. Ja, ist ja gut. Mit Level 1. Na, ist klar. Oh, ich hab Carly in der Mitte. Das ist ein defensives Spiel, das sehe ich schon kommen. Oh, ich hab Oliver hier oben. Welche Überraschung. Nette Überraschung. Erinnert mich immer ein bisschen an Worms, wenn er das sagt. Ach, was hat denn hier Schacht? Auch, Menno. Mann, jetzt gewinnen meine Minus auch noch gegen seine. Er will es nicht verkohlen. Aber ein Witz. Ja, was haben wir denn hier noch? So, bleibt nichts. Zurück. Habt ihr meinen Tibbers gesehen? Oh, nein. Oliver verpisst sich. Ach, Vieren kann der auch noch. Oh, das ging schnell. Ach, Mann. Das ist doch meine Viecher. Ey, nicht auf dem Romaken. Das war das aber nicht gedacht. Oh, nein. Habt ihr meinen Bären-Tibbers gesehen? Na, jetzt kommt der an so... Ja, aber Schaffer ist ein guter Job. Bleibt nicht zurück. Bleibt nicht zurück. Habt ihr meinen Bären-Tibbers gesehen? Habt ihr meinen Bären-Tibbers gesehen? Cool, kriegt der Tau oben direkt auf die Schnauze. Ah, Mann, nice. Ah, Mann, nice. Außen-Tibbers, innen langer Schmack. Was macht mein Schild eigentlich? Habe ich da noch mal Sinn? Und geht man die irgendwie mit normalen Angriffen angreifen. Mal, ist klar. Hat der Volibear jetzt 0,2? Der Volibear hat 1,0. Ja, Mann, ich hab 2,0. Ne, der hat 1,0. Alter, wirst du nicht verarschen, wie viel Schaden macht der denn? Uh. Ja, Mitte ist alles, wie es sein sollte. Aber nice. Gut Job da oben. Oh, da kommt einer hoch. Ah, nein, das ist immer komm. Ich wollte es nur gesagt haben. Danke, danke. Bleibt nicht zurück. Oh, das ist einfach eine klasse Klingel, die noch so schwingelt. Oh, ja. Ist ja schon aufgefallen, dass ich schneller regeneriere. Ich glaube nicht, oder? Alles klar. So, du dumme Fotze. Ach, Fick mich, ich hab so ein Wortfunk geschossen. Dann komm, jetzt mach nochmal deinen komischen Zauber. Genau. Aua. Bolivier. Oh, naja. Oh, naja. Habt ihr meinen Bären-Tibbers gesehen? Wie ätzelt er das gegen den? Ich kann nicht mal Krieg schlagen, weil ich jedes Mal schiss haben musste, der mich zurückzieht. Komm, mach deinen Kreis, du Nutte. Alter, wie schnell kann der denn rennen? Wieso ist der denn so fix? Der hat so eine Fähigkeit, mit der er kann, oder? Boah, wie ätzend das ist, ey. Scheiße. Hat irgendwie mehr damage rausgehauen als ich. Fuck. Fick dich. Ähm. Na, Quatsch. Muss Magie. Da ist Magie. Das wollen wir haben. Scheiße. Hm, kann ich schon mal haben. Okay, ich hab bestimmt versorgt, weil ich mich schaden in den Bildraum. Immerhin habe ich SS geschrieben. Ja, der Bot ist auch SS, aber der war tot. Juhu. Da ist er wieder. Na komm, auf den Turm drauf, hab ich gehört. Jetzt hat er wohl die Werte, aber eigentlich. Oh ja. Soll ich jetzt schon Legendary nach neun Minuten? What? Legendary. Legendary. Alter! Vater! Das war fucking knapp. Der kommt nicht hoch. So, ich mein Ulti wieder über die Scheiße, Volibear, komm her. Wo ist eigentlich der Jungler von hinten? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall in der Mitte ist hier gerade Action. Komm. Oh Gott. Oh Gott, gib Gas. Habt ihr meinen Bären-Tippers gesehen? Jetzt könnte ich draufgehen. Nicht draufgehen. Die sind unten im Busch zu zweit. Wenn wir draufgehen, gehen wir nie drauf. Okay. Oh, ich bin weg. Ich f*** dich. Leute! Hallo Akali. Ach, lass mir den auch. Hallo Volibear. No long time, no CM. Okay. Hahaha. Alles mal. Ah, fucker. Das ist schon gelaufen. Das ist schon gelaufen, vielleicht war das auch ein bisschen dumm. Und da macht er einen Abgang oben. Oh ja. Hm. Einfach beim 17.3. Und von den drei Devs bin ich zweimal gestorben. Leg mich noch am Arsch. Ach, wie hat der Volibert die denn alle so schnell kaputt gemacht? Fick dich. Oh, jetzt geht wohl lieber drauf. Oder auch nicht. Oh, vielleicht doch. Was hat denn der für eine krass Hecke, ey. Okay, ich muss sagen, entweder bin ich zu dumm für Annie, aber irgendwie gefällt mir die nicht. Oder es liegt darin, dass ich gegen Akali gerade spielen muss, dass das eine schlechte Kombo für mich ist. Fick dich. Oh, machen wir mal einen Turm mit ein bisschen Glück. Oder auch nicht. Alter. Da kommt doch so ein Ding an mir vorbeigeschossen. Da kommt doch so ein Ding an mir vorbeigeschossen. Alter, fick doch die Henne. Das ist der 16er geworden. Ich denke mal, das Spiel wird in den nächsten Minuten vorbei sein. Es gibt ein großartiges Spiel. Mit einem Typen, der schon 14.1 hat. Oh, komm schon. Das kannst du mir jetzt nicht antun. Du musst das schon rein, wenn wir irgendwas tun. Ach, komm schon. Das kann doch nicht wahr sein. Wie viel Damage macht ihr denn bitte? Oh. Schön, wenn das auch gleich vorbei ist. Dann haben die Leute eine kurze Folge. Einen schönen Snack und ich muss Andy nicht mehr lange spielen. Ach, Voli, wer geht doch auf. Das Schöne mit dem Spin ist, finde ich, du brauchst nicht mal Last-Hitten. Du lässt einfach die Viecher von dem komplett durchgehen und machst dann alle weg. Ja. Stimmt. Ach, stein, damit ist der Turm im Marsch. Komm ich auch mal nach links hoch. Habt ihr meinen Bären-Tibbers gesehen? Ich glaube, ich hab einen Kill gemacht. Da sind, glaube ich, mal alle draufgegangen gerade. Ne, nicht alle. Ah, cool. Ich hab rot. Aber geil, Junge, hab ich rot. Genauso, wie ich das gehört. Wie, really? Was will der denn jetzt? Den zweiten auch noch? Naja, wo wahrscheinlich? Naja, die kommen schon. Wir müssen zurückkaufen. Dicke Schwert. Dicke Schwert. Hammer geil. Unser leicht gefilter hat schon Big-Fucking-Sword und den kompletten Battle-Latzer ist da fertig. So läuft das, wenn man gefiltert ist. Ja, ich hab jetzt den Dick-Fucking-Sword. Oh, wo wollte ich denn dahin? Weiß ich nicht. Mitte? Hatte ich da etwa noch, äh... Ja, keine Ahnung. Bitte. Außen drücken hätte ich viel lieber. Alter. Ah, deine Mom, Junge. Double-Kill hab ich gemacht. Hast du gesehen, Junge? Launch and Play. Ja. Mama geil. Das kann ich auch. So. Jetzt schießt mir das auf. Okay. Ich bleib da einfach mal stehen. Ah, da hat der Penner mich zurückgezogen. Oh, komm schon. Jetzt bist du die erste... Nee, ich wirklich. Ich dachte, du auch. Hammer geil. Alter, wie hier mal eben voll weiter attackt wird. Ja, der Graves ist ja irgendwo tot. Ich meine, er hat 1200 Leben. Oh Gott. Oh... Scheiße. Habt ihr meinen Bären Tibbers gesehen? Oh, feeden wir jetzt ja waren. What? Report Raven for feeding. Oh, siehst du das denn? Oh, leul. Ich hab den General Chat nicht aktiviert. Wo ging das denn nochmal? So, jetzt kann ich mir nicht mal einen richtig geilen Hut kaufen. Immerhin. Oh, ja, Wolli. Ja, komm mal her. Ich warte auf dich. Dann komm ich mal zu dir rüber. Oh, ich geh da oben in den Busch rein. Oh, ich geh da oben in den Busch rein. Sieht schlecht für den aus. Den sieht ganz schlecht aus, ja. Du brauchst nicht mal weggehen mit deiner Lebensregelrate. Das hat krasse daran. Oh, schon wieder 1000. Ich hol mir mal Infinity Ash, bevor wir hier Ende machen. Ich hol mir mal blau. Oh Gott. Aua. Ah, ich dachte schon. Der Blitzcrank hätte dich da rausgezogen und gekämmt. Wie arschig das ist. Komm, mach den Turm nichts kaputt. Ja, ich bin irgendwie hier echt der Schwachpunkt. Ne, das nicht. Wie geil hat man das. Das er dich sicher tot hat in der Arena. Und das kriegt dich aus der Arena raus. Das ist nicht. Tja. Äh, bleib mal hier. Uh, da ist er gerade leer. Ja, nicht, dass du dich ohne Polyme töten würdest. Haha, da hab ich nicht mal ein Ultifu gebraucht. Und da ist die Aufgabe. Aber jetzt eine 23-minütige Serie. Sagst du, vier Folgen machen wir da raus. Nein, das war natürlich ein Spaß. Ihr bekommt natürlich eine etwas längere. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.